Hi meine lieben Zockies, grüßt euch! Ich probier's nochmal mit der Jackpot Jagd, jetzt zum dritten mal oder vierten mal hintereinander, es hat irgendwie nie hingehauen, kamen nie schöne Videos raus, Geld verblasen ohne Ende, aber jetzt probier ich's nochmal und dann ist erstmal Jackpot Jagd, Schluss, viel Spaß Leute! Machen wir ein bisschen umgrab. Ja, spielst du Savannamun, haben ein schönes Spiel, schauen wir mal, ob er mal gibt. Viel haben wir ja nicht mehr, ja, wir haben schon was drauf, aber das haben wir auch weggeballert, Leute. Und dann hier jetzt, soll natürlich noch Euros raus, oder was? Ne. Wollt ihr dazu was sagen? Nur gleich übrigens. Letzter Versuch, dann mach ich nur noch Gewinnvideos wieder, weil Jackpot Jagd bringt irgendwie nichts. R塗p! Hashtag geht's! Lass uns das Frankpot Und Untertitelung. BR 2018 Jetzt noch eine 11, komm. Eine 11, Silber. Also, immerhin kriegt die alte Lateinersack. Ja, immerhin kriegt. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020